Woll, du willst mich verarschen? Warte mal. Ich glaube jetzt ist offen. Ja, ist offen. Supermarkt? Woll, bleib drin, Zombies kommen. Ja und? Ja. Scheiße, die kommen jetzt rein. Verdammt. So, voll auf weg. Supermarkt? Yo! Diesmal finde ich ihn auch. Boah, bei Nacht sieht Czerno nochmal ganz anders aus. Der Small Zombie. Also Military Spot war vorhin nichts. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was gespawnt ist. Will ich aber auch nicht hinlaufen, weil das auf der ganz anderen Seite von Czerno ist. Was? Voll. Ähm, so, da geht's schon mal nicht durch. Muss ich da lang? Bist du hinter mir? Ja. Hänge ich dich ab? So ziemlich. Ja, okay. Wir sehen uns beim Supermarkt. Wuhu! So, was könnte man sich dann noch antun in Czerno? Nix eigentlich. Ich würde ja gerne Richtung Starizowo laufen. Weißt du, wo das ist? Das ist halt so ne dicke Militärbasis. Starizowo, wo ist das? Ein Markerhof. Ein Markerhof. Ähm. Wow. Ah ne, das ist ein Crossbone. Nicht so ne dicke Waffe im Supermarkt. Mhm. Starizowo ist Richtung, ähm. Warte. Starizowo ist... Das ist relativ weit weg. Direkt nördlich von Czerno. Engine Parts. Verdammt, wo bist denn du? Im Supermarkt. Bin ich auch drin, aber... Ich war hinten in der Ecke gerade. Ja, ich bin neben dir. Ist da hinten irgendwas drin? Ja, ein Zombie. Außerdem. Warte, weg der. Zwei Schuss. Hier ist noch ein Crossbow. Geh mal aus meiner Schussrichtung. Ah ne, der. Raus aus dem Supermarkt. Nee. Aber ich blute. Wow, Kopfschuss. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Okay. Ja. Hast du noch irgendwas zu essen oder so gefunden? Ja, ich hab zwei Dosen gefunden. Hast du geguckt auf der Map, wo Starizowo liegt? Ich geh mal grad da oben in das Haus noch reingucken, oder? Nee, nee. Zu blöd. Ja, wo ist denn das? Äh, ziemlich weit rauszoomen und dann direkt nördlich von Cerno. Alter. Da muss man aber ziemlich weit laufen. oder fahren oder sowas. Okay, wo bist du hin? Ich bin hinten in dem zweiten Raum. Ja, gut. Du kniest da gerade. Ja, ich mach grad was. Alter, ich war doch mal in Starizowo. Das ist doch gar nicht so weg. Weit weg. Ich glaub, das ist gar nicht das Starizowo, was ich meine. Ich mein das, wo du dieses große Haus hast mit diesen, äh, wo die Sniper immer drin hocken. Dieses große, äh, rote Haus. Ja, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Oder Richtung Erfield. Aber ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Ah, das ist noch weiter weg. Doch, das ist Starizowo, was ich meine. Geht eigentlich. Also direkt von hier nach Norden. Verdammt, wieso verlier ich dein Blut? Ja, bandagier dich. Brauchst du noch ein Blutpack? Ja, die Hälfte meines Blutes ist weg. Ja, warte. Also Richtung Starizowo. Fertig? Ja. Los. Hast du einen Kompass? Ja. In welche Richtung geht's nach Norden? Ähm, warte. Ich glaub genau in die Richtung. Ähm, ja richtig, da ist Norden. Gut. So, war das jetzt auch Norden auf der Karte? Ich hoffe mal die Karte ist nach Norden ausgerichtet. Also genau da lang eigentlich. Ja, ja. Genau in die Richtung da. Kann's eigentlich nicht mal Tag werden? Nö, das ist ein Nachtserver. Na toll. Was ist eigentlich, wenn jemand auf dich schießt, auf so einen Schick schießen? Keine Ahnung. Ich glaub im Zweifelsfall würde ich's einfach machen. Der Stromtrasse muss mir folgen, soweit ich mich erinnere. Wir laufen gerade Richtung Westen, ne? Jetzt laufen wir Richtung Norden. Ja, die Richtung müssen wir weiter behalten. Oh ja, das wird jetzt dauern. Ich hätt Streichhölzer mitnehmen sollen. Hast du nicht zufällig, oder? Nein. Nein. Schade. Könnte ich mir jetzt erstmal ein Feuerchen machen. Und mein Fleisch geraten. Ah, ich glaub, wenn du auf solchen Servern jemanden tötest, geht deine Humanity runter, oder? Das könnte passieren. Bist du hinter mir? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin im Wald. Ja, ich bin auch. Ich bin jetzt oben auf dem Hügel. Es ist so dunkel, dass ich überhaupt nicht sehen kann. Ich bin jetzt oben auf dem Hügel. Ich warte einfach an den Strommasten auf dich. Wenn du die siehst, oben auf dem Hügel. Siehst du die? Ja, ich stehe eine Stromleitung erstmal und Strom... Ja, da ist der Strommast. Und da stehe ich jetzt. Also an einem von den Strommasten. So, wo bist du? Also ich bin oben schon auf so einer Fläche drauf. Also auf so einer Wiese. Alter, was? Warum falle ich die ganze Zeit Blut? Lol. Bandagier dich nochmal. Ja, hab ich schon. Okay. Lol. Ich hab einen Headshot schon. Guck mal auf die Map. Alter, jetzt hab ich keine Bandagen mehr. Ich verliere trotzdem immer noch Blut. Ich hab noch Bandagen. Und dann habe ich noch mal Loft. Ich hab nochgefäten. Ja. Okay. Vielen Dank.